Jeder kennt das Problem, dass Getränke schlechter aus Plastik schmecken als aus Glas. Und genau deswegen werden Dima und ich das herausfinden, und zwar blind. Krass, ganz deutsch. Danke, danke. Nico wird heute netterweise assistieren und uns Gläser, die Falko präpariert hat, vorbeibringen mit Getränken aus Plastik und aus Glas. Ihr seht genau jetzt kurz eingeblendet, welche Getränke wir alle haben. Und dann müssen wir erraten, was davon aus einer Plastikflasche ist und was aus einer Glasflasche. Interessant. Bist du bereit dafür? Das wird interessant. Wir machen Punkte. Wir starten direkt. Okay, let's go. Erste Runde. Runde 1. Ich finde da immer so ein bisschen, hat das so ein Ninja-Turtle-Vibe mit diesem Verbinden. Aber einige von euch haben sich das wohl gewünscht, ne? Ja, es wurde sich gewünscht, weil gesagt wurde, wir schummeln. Ey, du hast mich wirklich gehauen. Tuttle. Aui. Man fühlt sich irgendwie damit direkt, gell? Weißt du, was ich meine? Oder man kann sich auch so ein bisschen so Zöpfe machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt lange Haare. So, auf Zöpfe angelehnt. Was sagt ihr? Kann man? Oder kann man nicht? Man kann sich auch so ein bisschen Dähnchen machen. So auf Oma angelehnt. Ich muss dazu sagen, wir haben zwei Runden, wo wir Dose und Glasflasche haben, weil Bier, ich habe keine Biermarke gefunden. Weil Bier schmeckt nicht. Die Plastik und Glasflaschen haben. Deshalb haben wir Dose und Glasflaschen. Aber ich würde dir sagen, aus... Seid ihr bereit, Jungs? Boah, ich habe gerade die Energie hier gespürt, Alter. Das ist voll loschen. Das ist voll loschen. Das ist voll loschen. Plastik versus Glas. Glas. Ruhig. Was ist das? Wenn wir das nicht checken, was drin ist, dann ist sowieso schon gelaufen. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich rieche das schon. Das ist Apfel, oder? Ja, Apfelschorne. Guck mal, ich habe den Geruch schon erkannt. Boom, Junge. Oh nein, ist das Papierstrohhalm? Boah. Warum? Oh. Okay, Glas in eins, zwei, drei. Hier. Smiley ist richtig. Boah. Smiley ist richtig. Aber für mich hat Plastik besser geschmeckt in dieser Runde. Ja, war süßer, ne? Mehr saftig. Ja, so juicy. Wir machen weiter mit der nächsten Runde. Runde zwei. Leute, macht das doch auch, um uns leidend zu sehen. Ich habe das extra vorgeschlagen, dass wir Augenbinden machen. Oder damit wir schwitzen. Wir können, also wir schummeln nicht, wenn mit Augen schwitzen. Nee, wirklich. Es geht doch nicht so... Boah, Bruder! Wow! Deswegen sollte man keine Augenbinden haben. Wow! Ich habe ein Bier. Boah, ich riech's schon, ne? Ich hasse Bier. Ist es ein Glas? Ist es ein Glas wenigstens? Oder Dose? Nee, Reisdorf. Oh, Reisdorf ist doch kein Bier, oder? Hey! Hey! Was? Hey! Das schmeckt eins zu eins gleich. Boah, schwierig. Ich glaube, ich habe was. Ja, ich glaube, ich auch. Wir zeigen auch Glas. Let's go! Warte. Hier. Glas. Das klingt wieder nach einer richtig. Bitte ich. Und es ist... Dima! Wow, was? Boah! Obwohl ich gehatet habe, obwohl ich das gar nicht als Bier empfinde und gar kein Bier-Fan bin. Bruder, das schon? Schicksal. Universum ist hier gerade. Warte mal. Und das ist der Typ, der... Wollte ich grad sagen, jeden Tag Bier trinkt? Bruder! Ich trink wirklich nie Bier! Ja, aber öfter als ich. Da sind wir uns schon mal... Einig. Da sind wir uns einig. Ey, Nico, nicht nochmal so wie gerade eben, bitte. Runde 3. Wo ist der, Digga? Warum ist der so ruhig? Ah, da ist er. Er ist hier, oder? Er ist irgendwo hier, ja. Ne, kommt nicht, oder? Ich spüre nicht den. Oh, Digga! Ich wusste es! Junge! Wir haben hier die gute alte Orangina! Oh, Orangina? Erkenne den Orangina aus Glas, Junge! Puh, Leute! Warte mal kurz, hier, Orangina. Ist ein leckeres Getränk, muss ich sagen an dieser Stelle. Scam! Scam, Junge! Boah, schwierig, ey! Wirklich schwierig! Easy! Easy! Bin da! Bin da! Wir zeigen auch Glase! 3, 2, 1... Glas! Das ist... Plastik! Was? Bei beiden? Bei beiden? Nein! Krass! Hey, Digga! Hier ist doch ein Stück Plastik sogar drin! Wir machen doch Plastik oder Glas, oder nicht? Glas oder Glas? Freunde! Falls euch dieses Video gefällt, dann abonniert doch sehr, sehr gerne mal diesen Kanal! Kostet nichts! Zeigt es auch mit einem Daumen nach oben! Ja! Und aktiviert die Glocke, falls ihr nichts mehr verpassen wollt! Und schreibt ein paar Kommentare rein! Ich guck dir tief in die Augen gerade! Ich hab zwar eine Augenbinde an, aber ich guck dir! Wo würdet ihr sagen, dass ihr auf jeden Fall den Unterschied rausschmecken würdet zwischen Glas und Plastik? Runde 4 Ich glaub, ich spür ihn gerade! Hier ist die Energie gerade wieder im Raum! Hast du mir schon... Digga, ich... Ich schwör, ich... Ich tu durch! Er ist hier! Das macht mich richtig fertig! Echt? Oh, Leute! Leute machen wir! Er ist unter dich! Komm mal hoch! Hallo? So, Freunde! Boah! Wie hast du da drückt? Wie funktioniert das? Hast du noch Gläser dabei? Ach du Scheiße, das ist krass! Leute! Erkenne den Eisweg! Okay! Plastik oder Glas? Das ist so easy, weil es unterschiedliche Sachen sind! Aber jetzt muss man auch noch mal probieren! Das bin ich ein bisschen überfordert! Lippen und rauf! Lippen und rauf! Lippen ist Glas oder? Ne! Lippen ist... Plastike! Okay! Drei, zwei, eins, Glas! Ich kann es nicht richtig haben, oder? Es ist... Stein! Nein! Ja, war doch klar! Ich habe halt Lippen, aber auch im Blut... Ich habe Eisdienst studiert! Den Punkt nehme ich nicht! Runde fünf! Gleich stolpert der Sohn! Nichts kann er mir mehr! Er kann mir nichts mehr! Es kann mir egal, wo du kommst, von wo, von her, vom Bahá! Es ist mir egal! Auch von hier! Hey! Hey! Ich habe hier die gute alte Fanta für euch! Fanta! Jetzt wird es interessant! Jetzt kommen die Coca-Cola-Sachen! Fanta ist ja eine deutsche Erfindung, habe ich gelesen, gehört letztens! Sünde! Bereit! Bereit! Warte kurz! Bereit, Junge! Ja! Okay! Drei, zwei, eins, Glas! Glas! Einer ist wichtig von euch! Und es ist tatsächlich nicht Dima! Ja, Junge! Es hat sich nicht gelohnt, die Strategie zu wechseln, weil ich wusste, das schmeckt besser! Aber die letzte Runde war immer das beste Plastik! Ich habe den Dreh jetzt! Aber diesmal nicht! Im Plastik ist immer noch ein bisschen mehr Sprudel drin! Und ich glaube, das liegt daran... Nee, ist nicht! Hier ist mehr Sprudel! Hä? Das ist auf jeden Fall Sprudel! Aber ich habe gar kein Gefühl, dass du Sprudel merkst! Runde sechs! Probiert! Süß! Aua! Mezzomix! Das ist Mezzomix! Das ist Mezzomix? Wir haben auch was verändert, oder? Das schmeckt ja ganz anders! Nee, das Sprite! Das Sprite! Sprite stimmt! Das Sprite! Easy! Auf Lock! Bruder! Auf Easy Lock! Also wenn ich jetzt werde hier, dann weiß ich wirklich nicht! E-A-C! Wir zeigen auf Glas in 3, 2, 1! Einmal probiert! Hier links! Boom! Tatsächlich! Hat einer recht von euch! Und es ist... Dima! Ach! Englisch! Sogar ohne Nachtdecken! Einfach nur gemacht! Ohne Nachtdecken! Lass dich die Strategie gar nicht überlegen, was könnte sein! Einfach zeigen! Wir machen weiter mit der nächsten Runde, Freunde! Next round! Schauen wir mal, was wird! Runde sieben! Ich schwöre, er war gerade hier! Da! Er ist da! Ich habe ihn gespürt! Er ist da! Er ist da! Diesen Duft, die Bakkarouche habe ich gespürt! Bakkarouche! Also! Wir haben hier... Wasser! Oh! Geroldsteiner! Wir sind... In the game! Enttäufel ihn nicht! Ich muss das ohne Storheim trinken! Scheiße! Plastik! Schmeckt wie Leitungswasser! Boah! Das schmeckt ja 1 zu 1 gleich, Alter! Oh! Warte mal kurz! Ja! Hier bin ich mir sicher! Ja, ich auch! Glas! Boah! Jetzt wird es aber cringe! Und! Ihr beide seid tatsächlich... Nicht richtig! Was?! Beide falsch! Beide falsch! Oh, das ist crazy! Oh nein! Aber es hat gar nicht nach... Es hat auch gar nicht nach Gerolsteiner geschmeckt! Das ist krass! Hätte ich nicht gedacht! Ich hätte echt gedacht, bei Wasser schmeckt man den krassesten Unterschied! Weil es nicht überdeckt wird von irgendwelchen Geschmäckern! Aber erst mal ich weiß, wo was ist, merke ich das schon! Nee, ich nicht! So viel Einbildung immer in unserem Leben! Wenn man weiß, wenn etwas was ist, dann weiß man, was es ist! Verstehe ich nicht? Dann weiß man ja! Weisheiten mit Tima, Digga! Runde 8 Oh, das schmeckt der Scheiße! Hast du da noch was reingemacht? Nein! Sag Walla! Nee! Nee, das schmeckt so! Nee, nee, er hat da noch was reingemacht! Nee, hat er nicht! Oder? Hat er diesen Juliaco-Jus reingemacht? Da ist doch was drin, oder? Verarsch mich nicht! Seid, warum schmeckt das so scheiße? Es hat immer schon so geschmeckt! Das Peratus ist auch gar nicht dabei! Das eine schmeckt süßer als das andere! Man merkt auf jeden Fall den Unterschied! Ich weiß, glaube ich! Drei, zwei, eins! Glas! Und tatsächlich ist es! Glas! Das ist richtig! Bei beiden? Bei beiden richtig! Oh, geil! Bei den Punkti! Man hat gemerkt! Man hat gemerkt! Weißt du, woran ich es festgemacht habe? Auf frech? Das aus Metall ist bisschen kälter! So einer bist du! Wir haben nur auf Geschmack geachtet! Ja, dumm! Runde 9 Wo steht er denn? Wow! Das ist genau hinter mir! Das ist tatsächlich! Ist das Glas auf meinem Kopf gerade? Cola! Auf, Dimas! Oh, fuck! Das war dangerous! Okay, Cola, Cola! Cola? Cola! Cola! Kann ich auch? Du kannst auch! Okay, let's go! Na, das schmeckt nach Plastik! Wenn du mich fragst! Hey, das ist weg! Das kippt! Hallo! Das schmeckt nach Plastik! Warte mal kurz! Ach so! Okay! Eindeutig! Eindeutig! Leute! Echt? Das ist es! Das ist es! Ich schwöre! Ich habe es mit Cola so wenig zu tun! Also ich habe seit Jahren nicht wirklich Cola getrunken, aber ich schmecke dieses nicht Plastik Geschmack! Ja! Ja! Diese hier! So aromatisch! Das ist das Glas! Ein bisschen mehr! Pfff! Ich zeig schon! Ich zeig schon! Und es hat einer richtig! Oh! Nicht der aromatische! Ja, Junge! Ja! Wieder für mich! Digga, du kackst rein, Dima! Du schmierst ab gegen mich! Aber es ist ein Punkt für mich, dass ich... Ich trinke ja nichts davon! Du hast wilde Ansagen gemacht! Das ist Punkt für mich! Der aromatische hier! Es schmeckt besser! Soll ich sagen! Okay, Friends! Wir kommen zur letzten Runde! Warum hast du lackte Füße? Runde 10! Der mischt da noch irgendwas! Ich vertraue dem nicht! Ja! Ich glaube, da war irgendwas! Irgendwas war faul hier! Ich glaube, irgendwas... Das Aroma, was sich da in der Cola rausgeschmeckt hat! Das war ja kein Aroma, glaube ich! Das muss aus seiner Achse... Pff! Boah! Gut! Das war tatsächlich... Gutes Aroma! Hier haben wir als gute... Letzte Basis! Letzte Basis! Mezzomix! Ah, Mezzomix! Bänger! Ah, Mezzomixen! Damit gänne ich mich aus! Und ich hab auch noch mal ein bisschen Mezzomix! Gut! Damit gänne ich mich aus! Das war jahrelang mein Lieblingsgetränk! Aber ist auch schon 10 Jahre her gefahren! Ich liebe Mezzomixen! Boah, das schmeckt nach Glas! Das schmeckt übel nach Glas! Boah! Boah, das schmeckt übel nach Glas auch! Sammle alle Informationen, die du gerade auf deinen Geschmacksknospen wahrgenommen hast! Das könnte Glas sein! Hat aber so einen Nachgeschmack irgendwie! Warte mal! Hat der auch Nachgeschmack? Hör auf da den Papier rumzufügen! Hör das! Das hier... Könnte auch Glas sein! Hat weniger Nachgeschmack! Ich geh bei dem rein, wo weniger Nachgeschmack ist! Das ist er! Letzte Runde entscheidet alles, oder? Mali! Wie sagt der hier? Das Glas! Glas! Und der letzte Punkt geht an... Dima! Nein! Was? Ja! Was? Die letzte Runde! Die letzte Runde gewinnt, oder? Die letzte Runde gewinnt, oder? Ja, ja, komm! Stillschweigend feinbart! Hast du gut gewonnen, Dima! Bin stolz auf dich! Du hast gewonnen! Deine Wangen haben auch gewonnen! Boah, Digga! Ihr seht den Endstand natürlich trotzdem nochmal hier eingeblendet! Den theoretischen Endstand! Dima hat natürlich gewonnen! GG's! Natürlich! Freunde! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt das sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben! Schreibt uns unten in die Kommentare, was wir als nächstes gegeneinander antreten lassen sollen! Aber bitte! Nächstes Mal ohne Schal, oder? Bitte! Es ist Sommer! Wir haben Sommer! Ich versorg uns so kleine Augen, so Schlafmasken! Kleine Augen müssen wir besorgen! Kleiner geht nicht mehr, Bruder! Damit schwierig! Freunde! Ansonsten abonniert diesen Kanal, falls ihr nichts mehr verpassen wollt! Aktiviert die Glocke, um wirklich gar nichts mehr zu verpassen! Schaut doch bei Dima vorbei! Da haben wir nämlich auch ein sehr, sehr wildes Video gedreht! Wir haben eure Lieblingsprodukte getestet! Seht ihr hier unten eingeblendet! Ansonsten seht ihr hier auch noch ein Video eingeblendet! Vergesst natürlich nicht zu lachen! Und wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video! Bis dahin, Freunde! Haut rein! Tschüssi! Ja, toll! War super! Plastik und Glas! Hätte ich nicht gedacht, dass das so Luft wäre! Ich auch nicht! Schrauben! Schrauben! Schrauben!